Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 2. Das letzte Mal haben wir die ersten beiden Wily Stages abgeschlossen. Und dieses Mal will ich jetzt erstmal ein paar von meinen Waffen aufladen, bevor ich mich weiter in die Stage wage, denn ich hab's ja schon mal erwähnt. Ich spiel's zwar, soweit es geht, Buster Only, allerdings lassen sich einige Stellen im Spiel Buster Only leider nicht schaffen. Deshalb müssen wir teilweise mit ein paar Waffen und Items arbeiten. Ansonsten geht's einfach nicht anders. Jetzt wollen wir hier erstmal durch diesen Unterwasser-Part und wollen hier über diesen Fisch hupfen, der uns nicht viel kann, wenn wir wirklich einfach drüber springen. Und dann wollen wir einen der meiner Meinung nach schwersten Sprünge im Spiel absolvieren, nämlich hier durch die Tode stacheln. Und das ist wirklich kein sonderlich spaßiger Sprung. Jetzt mal hier vorbei, da vorbei, okay, gut. Meine Güte, ich krieg bei dem Sprung regelmäßig das Zittern, weil man da wirklich Pixel für Pixel sich vorarbeiten muss. Das ist allerdings schnell und genau und, ey, der ist nix für mich. Wie auch immer, ähm, jetzt wollen wir erstmal hier an diesem kleinen Gegner vorbei, die kennen wir ja schon. Hier ein bisschen vorsichtig uns vorarbeiten. Okay, da kommt noch einer. Na, wo bist du? Da. Ups. Ich hab ihn aus dem Screen gescrollt. Ist ja geil. Sehr gut. Entschuldigung, ich finde das gerade echt lustig. Das hab ich noch nie geschafft. Wie auch immer. Schauen wir zum Boss. Hm. Der ist sogar relativ einfach, muss man sagen. Der Gatsdozer. Der kann uns, solange wir hier auf seiner Plattform stehen und wir nicht direkt in seine Faust rennen, relativ wenig, wenn wir hier nicht runterfallen. Iiuiui. Au. Uah. Okay, komm. Au. Ich stell mich aber auch gerade an wie ein ganz Großer, ne? So. Okay. Wir weichen hier einfach seine Kugeln. Hey, du sollst die nicht feuern, wenn ich oben stehe. Äh. Du willst mich aber auch trollen heute, hä? So. Stirb, Mann. Meine Güte. Voll schlimm. Normalerweise schaffe ich den wirklich No-Hit. Egal. Der ist nicht schwierig. Meine Herren. Puh. Wie auch immer. Wir machen uns auf den Weg zur vierten Stage. Sowas Gemeines. Püh. Aber egal. Bevor wir uns weiter in dieser Stage umschauen, möchte ich euch gerne die Schwäche des Guts-Dosers zeigen. Das ist nämlich auch mal wieder der Quick-Boomerang. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir mal wieder. Und ich möchte hier kurz anmerken, ich habe es nicht nochmal geschafft, diesen anderen Gegner wegzuglitschen. Ich habe keine Ahnung. Äh. Egal. Wie auch immer. Schauen wir uns den Guts-Doser an mit dem Quick-Boomerang. So, gleiche Taktik an sich wie vorher auch. Und ich hoffe, diesmal wird er mich nicht so verarschen. Der Mr. von und zu. So. Okay. Ups. Prima. Das war das. Simpel. Einfach. So, da sind wir wieder in der vierten Stage. Jetzt will ich erstmal mein Item 2 auffüllen. Auch wenn ich es glaube ich nicht mehr brauche. Diese Stage hat eine kleine Besonderheit. Nämlich Böden, durch die man durchfallen kann. Und meistens ist es so, dass man durch die Böden genau in irgendwelche Fallen fällt. Was natürlich keinen Spaß macht. Jetzt wollen wir erstmal diesen Mad-Tool hier umhauen. Dazu brauchen wir ein fixes Ausweichmanöver auf die Leiter. Ansonsten kommen wir hier nicht unbeschadet durch. Und wir klettern weiter nach oben. Der Boden hier direkt über dem Mad-Tool ist durchlässig. Das heißt, da können wir zum Beispiel durchfallen. Auch direkt links von uns ist durchlässiger Boden. Das heißt, da wollen wir auch nicht runterfallen. Diese Plattform und diese Plattformen sind sicher. Von dort aus können wir dann auf die Leiter springen. Und im nächsten Raum haben wir noch eine kleine Besonderheit. Nämlich Todesstacheln, die ganz offensichtlich total abgesichert sind oben. Was allerdings natürlich so nicht stimmt. Zwei dieser Teils da oben sind durchlässig. Kann man allerdings ganz einfach sich abzählen, welche das sind. Indem man einfach Teil für Teil sich nach vorne bewegt. Und zwar können wir abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Bis hierhin ist sicher. Und die nächsten beiden werden durchlässig und würden uns direkt in die Stacheln befördern. Den E-Tank hier lassen wir, denn das ist natürlich eine Falle, mit der wir direkt in die Mid-Holes reinlatschen. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und jetzt kommt der interessante Part der Stage und auch so ziemlich der schwierigste Part. Von der Leiter lassen wir uns einfach nach unten fallen und steuern schon mal etwas nach links, damit wir hier auf die Plattform fallen können. Halten uns hier noch ein Stück weiter links auf und springen von hier oben einfach rüber an den Tallys vorbei. Hier müssen wir dann uns in ein bisschen mehr Geduld üben. Wir versuchen die Plattform hier zu erwischen. Springen dann hier rüber. Noch mal auf die Plattform und darüber. Man sieht schon, diese Stage verlangt unglaublich viel Platforming. Und das war es noch nicht. Wir haben nämlich noch mal einen Raum mit Tallys. Und diesmal müssen wir tatsächlich warten, bis die Plattform in unserer Nähe ist. Und so lange werden wir hier von dem einen Tally ziemlich verfolgt. Den können wir allerdings relativ schnell ausschalten. So, jetzt erledigen wir erstmal dich und dann dich und dann dich. Und dann dich. Okay. Jetzt will ich mich wieder ein bisschen links halten. Du gehst mir auch aus dem Weg. Und du nervst mich auch nicht und du auch nicht. Und wir sind unten. Und jetzt kommt ein richtig interessanter Sprung. Wir warten auf die Plattform. Bis sie hier unter uns ist. Springen auf diese Plattform. Denn wir können nicht da drauf bleiben. Da oben würden wir einfach wieder runterkullern. Positionieren uns schon hier am linken Rand. Springen dann da drauf und darüber. Und sind dann sicher. Okay. Puh. Jetzt noch ein schwieriger Part. Der wieder mit diesen lustigen Sprungbots zu tun hat. Okay. Na komm schon. Hup, hup, hup. Okay. Gut. Und jetzt kommen wir an eine etwas problematische Stelle. Wie man die Node-Damage überwinden kann, habe ich auch nur durch ein Video herausgefunden. Und zwar geht das nicht mit dem Buster. Man hat keine Chance, da mit dem Buster jetzt Node-Damage durchzukommen. Zur Erklärung in diesem kleinen Gang steht ein Sniper Joe, bei dem wir keine Möglichkeiten haben auszuweichen. Das heißt, der wird uns, wenn wir mit dem Buster da rein marschieren, auf jeden Fall treffen. Deshalb nehmen wir Heatmans Waffen, laden diese auf und feuern die ungefähr hier einfach vor uns ab und erwischen so den Sniper Joe. Jetzt können wir dann weiter. Da vorne haben wir nämlich nochmal einen Sprungbott, der auf uns wartet. Unter dem laufen wir einfach drunter. Und haben hier einen letzten Sniper Joe, der auf uns wartet. Okay. Wups. Das war sogar ein bisschen knapp. Prima. Oh. Vor dieser Stelle hatte ich wirklich den meisten Respekt, muss man dazu sagen. Meine Herren. Egal. Äh. Ich muss kurz die Hand ruhen lassen, tut mir leid. Schauen wir zum nächsten Boss und der hat eine kleine Besonderheit. Wir wollen da nämlich erstmal reingehen mit dem Item 1. Den nächsten Boss kann man nur mit Crashbomben umhauen. Und den nächsten Boss kann man auch nur in einem Zug, muss man dazu sagen, mit voller Crashbomben Waffenenergie umhauen. Ansonsten hat man da ein ernsthaftes Problem. Ähm. Wie dieses Problem aussieht, schauen wir uns mal an, würde ich sagen. Der Boss selbst besteht eigentlich nur aus diesen Kanonen in den Wänden. Allerdings ist nur da schon relativ freundlich gesagt. Denn die können uns ziemlich, wie man sieht, den Arsch aufreißen. Macht aber nichts, dass ich da jetzt erstmal runtergeklatscht bin. Dann kümmere ich mich erstmal um den da unten. Och. Das Ausweichen dieser Dinger ist so schrecklich. Und wir wollen hier wirklich schauen, dass wir da mit dem Item 1 arbeiten. Ansonsten ist dieser Boss in einem Durchgang nicht schaffbar. So. Jetzt wollen wir hier diese Wand umreißen. Jupp. Okay. Dich nehmen wir mit. Da springen wir. Oder ich springe nicht nach oben. Okay. Hab ja noch Item 1. Kein Problem. Jips. Äh. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen Boss. So. Reicht das? Nee. Ah. Verdammt. Okay. Verdammt. Oh. Meine Güte. Nein. Äh. Au. Das tut doch weh. Aber jetzt reicht's. Okay. Gut. Crashbombe hier. Dann lassen wir uns da nach unten fallen. Äh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da gehe ich jetzt einfach mit Item 3 hoch. Okay. Nochmal die Crashbombe. Und wir sehen schon. Keine Waffenenergie mehr. Und den Boss trotzdem besiegt. Es gibt eine andere Möglichkeit das zu schaffen. Man kann erst die ganzen Barrieren aus dem Weg räumen mit der Crashbombe. Kann sich dann sterben lassen. Kann dann seine Crashbombe wieder aufladen. Und ähm. Kann dann entsprechend einfach die Kanonen umhauen. Allerdings in einem Zug geht's wie gesagt auch. Egal. Wir sind in der fünften Wiley Stage. Doch. In der fünften Wiley Stage. Allerdings. Sehen wir uns die ersten der nächsten Folge an. Denn wir haben wieder viel geschafft in dieser Folge würde ich sagen. Ich hoffe das letzte Mal hat euch so weit gefallen. Und. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Outtakes. Auch wenn es nicht viel ist. Aber ein paar habe ich trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Und man sollte einigerweise wissen was da auf einen zukommt. So. Jetzt wollen wir hier rüber. Und. Okay. Fünf. Sechs. Au. Das hat weh getan. Jetzt wollen wir erst mal hier diesen Sprung bewältigen. Und ich entschuldige mich wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger werde. Denn der ist nicht einfach. Wie man sieht. Hier wird es ein bisschen interessanter. Dann müssen wir nämlich erst mal warten bis die Plattform da ist. Währenddessen kommt uns ein Tally gefährlich nahe. Springen dann hier nach links ab. Erledigen den Tally. Erledigen diesen Tally. Halten uns hier ganz weit links. Ach verdammt. Okay. Der Boss besteht eigentlich nur aus diesen lustigen Dingern in der Wand. Jetzt will ich erst mal dass mein Item 1 hier verschwindet. Das wäre total cool. Dass ich meine Crashbomb. Ach verdammt. Schon verkackt. Ach. Ach.